Wenn Sie in einer Präsentation viele Details hören, geht Ihnen auch ab und zu der Überblick verloren? Wenn Sie einer Präsentation folgen, die sehr detailreich ist und wo der Vortragende, der Präsentator, immer wieder zu tief in Details hineingeht, was ist es eigentlich, was uns den Überblick verlieren lässt? Meine heutige Empfehlung richtet sich auf die Struktur und die Gliederung und den Überblick, den Sie Ihren Zuhörern bei Ihrer aller nächsten Präsentation verschaffen können. Meine dringende Empfehlung, überlegen Sie in Ihrer Vorbereitung die drei oder vier drängendsten Fragen Ihrer Zuhörer in Zusammenhang mit Ihrem Team. Welche Fragen dümpeln im Kopf Ihrer Zuhörer, bevor Sie in den Raum gehen, in dem Sie kurze Zeit später sprechen und präsentieren werden? Fassen Sie diese Fragen für sich zusammen, schreiben Sie sich eine kurze Checkliste und nehmen Sie das als Überschriften für die Gliederung Ihrer wichtigsten drei oder vier, maximal fünf Punkte Ihrer Präsentation. Viel Erfolg bei Ihrer nächsten Präsentation. Haben Sie Spaß mit Gliederungsfragen. Ihr Arno Fischbacher Was ist Ausónlich GmbH? Wir arbeiten ja auch bei Ihnen. Wir arbeiten wirklich UCL einfach zuistlich. uccess.